Hallo Leute, wir spielen heute Kaltruß-Spiel. Also, ja, das ist schon ein Spiel. Wenn wir so rennen, wir dürfen nicht das hier treffen. Oh, wartet, hier ist ein Eritram. So, jetzt, let's go. Also, ja, wenn ich jetzt so gelb bin, dann soll ich gelbe Menschen sammeln. Und wenn ich jetzt diese, ähm, wie heißt das, blaue Farbe nehme, dann bin ich selbst blau und darf ich nur blaue, diese, ähm, München nehmen. Und diese hier, ähm, irgendwelche Schuhe machen mich schneller. Und wir machen heute 50.000 Kristalle. Jetzt go, wenn weiterkommen. So, und so, hier töten wir den Boss jetzt, oder vielleicht nicht töten, aber wir werfen eben ganz weit, und wo bis wo schaffen wir 28 XP, oder bis welchen. Wir sind jetzt Level 57, und ich möchte heute bis Level 65 gehen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber, äh, Kran, wartet mal. Okay, ich geh jetzt weiter, so. Okay, hier ist, so, und bitte, oh, ich will den Schatz auf, auf, ja, 12.000. Und, ja, ähm, ja, ähm, ja, das ist jetzt. Boss, jetzt wird bei uns Boss in die Runde, okay? Boss, das wird interessant. Wow, wow, fällig. So, und bumm, zagalaga bumm. Okay, äh, ah, Orangene, sammeln wir die Orangene immer. Äh, ja, äh, jetzt das hier, liebe Farbe. Hier mit ner Gelb. Okay, gut, 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 und, du blöd, der Boss. Und, er hat schon wenig Leben. So, das war kein Boss. Ich versteh jetzt gar nicht. Wir sollten doch jetzt einen Boss haben. So, nach der Runde kommen wir, Boss. Das, glaube ich, nach oben. Die Kämpfe in die Runde. Okay, na, Orangene wartet mal wieder. Der wird kaum weiterspielen. So, ein paar Tristana wird... Äh, ne, ich will keine Tristana haben. Guck mal, okay. Schatten. Oha, wie viel? 1400. Boah. Boah, 1200, Alter. Das ist ja ganz viel. Ähm. Wie heißt das? Diese Dinger. Ich habe 18... 18... 18... 100... 100... Wieso, jetzt haben wir das. Okay, komm, 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 komm. Gehen wir zu dem Boss. Warte, ich hab jetzt... Achso, ich hab jetzt blau. Ich hab nicht gesehen. Da ist so alles schnell. Und, jetzt gehen wir nach hier. Komm, 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 komm. Oh, die Schuhe! Mann, ich hab die Schuhe verkackt. Ähm. Hä, ich hab doch nicht auf Lava. Ähm. Bin ich gegangen. Hä? Oh nein, jetzt ist der Boss. Komm doch her! Hop! 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 BAM, BAM, BAM! Wow, der ist jetzt böse! BOOM! Komm, trifft doch nicht. Du trifft mich nicht! Nein! Geh mir weg! Geh mir weg! Und ich fahren jetzt den! Und BAM! Ja, 32 XP, oh, warte mal. Ja, ist egal, dann ist was heute dann, ja. Ein cooles Video haben wir gemacht. Hoffentlich darf ich leben. Ähm, ja, ich heiße André. Heute war ein toller Video. 4 Minuten und ein paar Sekunden. Ja, dann alles Gutes für euch. So, und ciao, gau gau.